Und damit tue ich weiter im nächsten Part und ja, wir haben jetzt den Weg gebaut, ich weiß nicht, irgendwie so, eine Erinnerung zu haben. Ja, heute ist der 27. Mai, das ist ja schon mal gut zu wissen, also bei uns nicht. Oktoberjahr 2, hey, noch ein Jahr, also nochmal rund 5 Parts und wir haben den Park fertig. Und jetzt haben wir einen Topspin, oh mein Gott, einen Topspin. Wo kann man das neu hinsetzen? Ich hab ne Idee. Wir machen den Topspin hier hin. Oder warte mal, wie ist das gleich mit Land hier nachher? Kann man überall, ja ok, so ein Zeug hat er jetzt hingesetzt. Äh, Moment. Wo kann man das denn schön hinsetzen? So, erstmal Land kaufen, ne? So, also wir haben da jetzt Land gekauft, heißt wir können jetzt ein Topspin bauen. Ja, so. Ah, Mutter, halt die Fresse. Nur ich darf singen. Weil wenn das schief bei mir klingt, ist das ja noch eine Sache. Aber bei dir... So, machen wir mal einen Euro 50. Ach ja, warte mal, warte mal, warte für... Oh, römischen Eingang. Sometimes. Also es gibt schon die Eingänge, wie bei Ola Kostwetterkund 2. Das ist auch schon zu gut zu wissen. Und ich glaub, wir brauchen hier jetzt gleich noch einen... Sometimes. Also wir brauchen hier noch mindestens einen weiteren... Und da... Warum müsst ihr denn hier alle kotzen? Ich würd's auf... Ach, hier hinten fehlt auch komplette Macker. Warte, ja... Und ich würd's sagen, da haben wir ein bisschen Vandalismus. Das heißt, wir brauchen da noch einen Security-Futzen. Also erst mal hier den Security-Futzen hin. Genau. Bam, bam. Der kriegt noch das mit rein. Dann kommt noch ein Security-Futzen. Der kriegt hier das Stückchen Brücke. So, da bist du. Genau, da. Genau. Und dann gucken wir mal weiter. Da hinten hab ich auch noch ein Clio. Mit den Dingern gemacht. Das heißt, wir sitzen da hinten auch noch ein Security-Futzen hin. Dup, dup, dup. Dup, dup. Body hurts. Bis hier. Ey, komm. Hattig. So. Dann brauchen wir noch einen. Der kommt hier hin. Body. Sometimes. Bis hier. Dann stellen wir nochmal so einen Spaßeshalber ein. Das sollte reichen. Oder werden wir jetzt erst mal... Haben wir die schon... Haben wir topspin jetzt eigentlich aufgemacht? Ja. Fortgestalten. Erst mal die anderen Ecken wieder reparieren. Ey, Luftballon. Rot. So, ne. Erst mal reparieren wir kaputt. Ne? Ja. Man, 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 ich bin müde. Da muss ich jetzt ja auch noch zum Geburtstag. Da war ne kaputte Bank. Dann haben wir da ein kaputtes Bankschle. Die ist ganz... Die ist ganz... Da war kein... Okay. Ich meine, jetzt ist die Sicht... Drehen. Dämp-dämp-dämp-dämp-dämp-dämp. Ich dachte, da war aber alles am Vandalismus. Sieht's ja dann noch aus. Sonst setzen wir ihn mal in den Bänkesken hin. Ey, nicht legen. Bank, Bank, Bank. Gelegentlich mal ein Mülleimer. Da ein Mülleimerschen. Da ein... Da ein... So. Ich würd sagen, das reicht auch. Dann machen wir jetzt hier in weiter Gestaltung. Dem-de-dem-dem. Am besten alles in diesem... Stil of the side. From the park. Bam, bam, ba-dam-dam. So. Äh, warte mal hier noch Ägypten. Pfff. Okay. Jetzt mache ich Ägypten. Wobei, dann besser... So. Klingt wie in der Waka-Waka. So. Zu groß. Wie ist das nicht zu groß? Mein Gott. Wobei, das haben wir auch gleich. Ich kann ja noch Land dazu kaufen. Wie. Wie. Wenn wir... Oh, oh. Nehmen wir... Okay. So. Und dann können wir jetzt dann noch eben die Pyramide haben. Die ich haben will. Die gilt noch da. die Sphinx kommt dann dahinter. Äh, okay. Nein, Security, man. Wird auch egal. So. Ähm. Wo haben wir nämlich jetzt hier den Bereich auch fertig? Wo war der? Jo. Das ist Ägypten. Dann machen wir da hinten noch das Zäunchen fertig. So. Äh, äh, waka, waka, eh, oh, eh. Äh, äh, waka, waka, eh, oh. Das ist Ägypten. Wir werden so. So, Afrika. So. Waka, waka, eh, oh, eh. Äh, äh, äh. Machen wir mal ein bisschen Parkgestaltung. So, ein bisschen so. Habt ihr eine richtig geile Idee? So, wir haben jetzt Zäunchen. Da, äh, äh, äh. Waka, waka, waka. Zoom. Uh. Äh, äh. Ja, miej na. woooooh naa wow you are in there Bei You're in the army now Woah you're in the army Army now Woah you're in the.. ja 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 Die Kampagne ist ein bisschen dürger, das heißt, preisen wir auf 2 Euro runter, und 60. Amina, und jetzt Werbung machen, Amina, wow, hat er mal neu gemacht, wie ist das Ding, war das leider, so, müsste, ah ne, das Ding, so. Fertig, Werbung gemacht. Okay, er hat sich verlaufen. Okay, er hat keinen Spass mehr, und weg ist er. Okay. So. So. Was für Preise haben wir denn? Was für ihr Park? Schlechtes für Wetter Park. Okay. Jo. So. Ist klar. So, was haben wir denn da? So. 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 Danke. So. 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 Um, ba-da-da. Dum-dum. 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 So. Heißt dann noch eben grün. Dann die einzelnen Dinger jetzt mal auch noch eben grün machen. Dum-dum. Da ist noch eine Stelle. So. Das sieht gar nicht mehr so schlicht aus. Das heißt aufgrund da noch einen Saubermacker. Bis da, so. Dum-dum. Dum-dum. So schlimm sieht das jetzt hier gar nicht mehr aus, würde ich sagen. He. So. Und was kann man jetzt noch labern? Oder was haben wir denn jetzt entwickelt? Da gehen die Leute immer noch flirten. Und dort obwohl ich... Scheiße. Wir rüsten die Pack. Packweil-Tung ist auch niedrig. Immer... Haben wir jetzt hier schon... Ah. Schwingen das über Kopfschiff. Dat ist auch cool. Wo haben wir noch Platz für so'n Ding? Ja. Die heute Morgen am Sofa stand. War dann angesucht. Nee. Die war ausm Glas. Das war's. So. Und damit haben wir jetzt noch ein... Geiles Ding zu bauen. Nur wo kann man das hinsetzen? Das ist jetzt das Problem. Äh. Na na. Ich würde nämlich jetzt nicht extra wieder Land kaufen müssen. Was ich dazu generell auch schöner finde. Hm. Moment. Wenn wir das hier als Ansicht haben. gut. Wir bauen mal eben das Eisenbahnschen um. Krack. Raus. So. So nach da. So. Fertig. Und grün. Also mal neben umgebaut. Und dann wollen wir da jetzt noch was schwindelbe Kopfschiff hin. So. Verkehr drum. Fuh. Fail. So. Das heißt. Wir machen da hin. Jetzt auf den Zaun wieder hin. überteuerte Regenschirme. Und das ist nämlich auch eine gute Idee. Es gibt nämlich keine Möglichkeit mehr Geld zu machen als mit überteuerten Regenschirmen. So. Ich würde sagen. Wir machen eine gerbe Warteslange mit Hips im Gitter. So. Auskommen. Dann setzen wir jetzt noch mal die Zäunchen überall. Um fråge ich aus. Bam. Bam bam. Bam bam bam. Bam. Back. Das sieht schöner aus, so. So, das ist das. So, das ist das. So, das haben wir auch. Ja, das sieht doch schon schön aus. Wunderbärchen, ja. Ähm, so. Was haben wir denn da? Dann machen wir da wieder die Ecke. So wie es war. So, und da haben wir noch einen kleinen Fehler. Fehler mal oben. Ach, das sieht doch schon schön aus. Gibt auch schöne Ecken in diesem Park. Nicht viel, aber es gibt sie. Vereint sind. Zwinging Chip 2. Und diesmal mit Überschlag. Lost and can't find out. He can't find the park entrance. Okay. Dann geht es mal nach. Und tschüss. Und schon. Asayunara. Weg ist er. Sehen wir auch nie wieder. Bam, 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 ba-dam, da. Können wir eigentlich anders machen müssen. Den so. Direkt daneben. Die Baumreihe weg. Aber nur die Palmen. Wollte ich auch machen. Ist auch egal. So. Da müssen wir auch noch was machen. Bam, 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 ba-dam. Warten wir noch. Irgendwie hier mal was schönes. Oder noch mal was ruhiges. Autoscooter. Autoscooter brauchen wir auch noch. Den haben wir nämlich auch noch nirgendwo stehen. Und hier hinten ist es so ruhig. Ich muss ja sagen, wir sind ja schon. Ist das jetzt ein Parkland hier? Ich muss nämlich da gleich so scheiße rumführen. Ach, verdammt. Wobei, wobei, ne, wir können da einen Tunnel kaufen. Kaufen wir mal ein bisschen Land. Wird jetzt teuer sein, aber ist mir egal. Wir brauchen Land. Zumal ich auch lange wieder eine neue Achterbahn bauen möchte. Machen wir uns jetzt mal eben A. Außerdem für mir hinten Musik. Hinten fehlt einem echt Musik. Musik. Puh. Puh. Bum, 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 weg, 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 weg. So, jetzt machen wir mal wieder Platz. Das war aber auch ein teures Geschäft, ey. Mehrwert als der gesamte Park. Ach, scheiße, aber auch, ne? So. Heißt, hier soll der Weg auch später lang gehen. Plapp, plapp, plapp. Geht dann hier nach rechts weg. Das heißt dann, wir machen schon mal erstmal die Vorbereitung. Machen wir mal eine Zwischenzäune. Jetzt glaube ich, ich kriege eine SMS. So. Gucken wir dann gleich. Erstmal jetzt hier. Dann Pam, küsst er wieder hin. Bam, bam. Bam. Da ziehen wir mal eben hoch. So, klack. Dann müssen wir mal eben gucken, wie sieht das genau aus. Oder wir machen das hier wieder so. Düm, 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 düm. Dann kann man nämlich hier gerade rein. Bam. Muss ja alles auch in etwa gleichmäßig aussehen. Dann jetzt hier mit Holz verkleiden. Die ganze Scheiße. Bam, 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 bam. Bam. Dann wollen wir erstmal das, was wir da haben wollten. Einen Autoscooter hin. Und zwar kommt er nach da. So, Autoscooter gebaut. Äh, lalalala, tralalalalala. Schlenzken. Geht einfach gerade jetzt hier rum. Schön. Fertig, Arschleck. Dann noch einen davon. Und dann nehmen wir den normalen Wäscher. So, um. Okay, okay. Ja, das geht bald, ey. Scheiße. So. Das ist lieber nochmal so. Hier stimmt doch was nicht. Wir haben das so so richtig Untergrundansicht weg. Das ist so aber recht. Hä? Das stimmt doch nicht. Achso. Deswegen. Ähm. Ist auf jeden Fall richtig. So. Ich glaube ich habe die Spiellautstärke diesmal wirklich verdammt leise gehabt. Aber. Wenn euch das interessiert. Sonst habt ihr. Ist halt Schicksal. Hm. Glauben sei artig. 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 Gut. Und fangen wir jetzt mal an hier wieder zu begrünen. Also Gras. So. Bis hier kann man auf jeden Fall Gras machen. So. So. Grasfläche da auch. Da. Und dann sollen wir mal eben alles wieder so einbietbar. Das ist schön. Das ist schön. Das ist toll. Das ist auch wunderhübs hier. Das kommt so wie etwa hier noch ein Zaun entlang. Das ist schön. Dem, 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 dem. So. Jetzt nochmal wieder Parmischen setzen Klack, bumm, bam Oh, die sind sogar mal anders Gesetzt, das stelle ich gerade fest Zwei verschiedene Mein Gott, leck So, gibt auf jeden Fall mehrere Arten Von den Dingern Gut zu wissen Ah, Werbung ist zu, ne? So Dem, dem, dem Was, hier kommen jetzt auch Stellen Auf zu laggen Da hat noch das Zäunchen drum So Bam, bam, bam So Hör auf zu laggen Mein Gott Schlimmer als sonst was ich momentan Schade eigentlich, sonst war ich bin nie am laggen So 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 So, klack, klack So Ist auch zu Und damit haben wir das auch schon gemacht Scheiße Dann haben wir ein paar Arme Scheiße, wir machen jetzt mal hier Scheiße, wir machen jetzt mal hier Das sieht nicht mehr ganz so Na ja, schlimm aus Na ja, schlimm aus Na ja, schlimm aus Dann machen wir eben neue Balmlein Wo jetzt welche weggenommen wurden Dem, 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 dem Äh, äh, äh Irgendwie passt das da nicht 100%ig zusammen Aber Irgendwo fehlt hier noch eine Irgendwo muss hier noch eine fehlen Mal abgesehen von der da Und der Nö, scheint wohl alles gewesen zu sein Jut Da heißt, wir brauchen noch einen Hier kommt der Rhein again Zum Zum Gut, dann haben wir den Bereich auch. Ja, Leute. Also. Was haben wir denn noch zu bauen? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Aber. Ach, das geht doch eigentlich voll klar. Okay, das haben wir auch. Ach, Werbung war jetzt in der Wartung entwickelt. Wo ist Berlin? Ah, Freefall Tower. Wo ist denn das sein? Warum wir uns den denn hin? Der ist jetzt zum Glück relativ klein. Oh, ich habe sogar... Ich habe schon einen Autoscooter. Das heißt... Wieso ist denn... Puff, weg. Dann haben wir den... Was haben wir hier an Eingetritt? Der ist schöner da. Dann kommt er in die Ecke. Hier. Freefall Tower. Und dann gucken wir den hier auch mal ein bisschen schön in Österreich. 2 Euro. 67. Und dann kommt jetzt schon noch 3D-Kino. Hier kommen wir mal hin. Na Leute, habt ihr euch verlaufen? Habt ihr euch verlaufen? Das kann doch gar nicht sein. Derem, derem, derem. Bum, 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 bum. Duh, 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 duh. So. So, wir haben dann jetzt hier eine schöne Wiese, wir haben extra nur diesen Bereich kassiert hier, so, aber nur zum Rasenmähen, so. So, dann bauen wir als nächstes ein 3D-Kin, oh, vielleicht hat einer den Eingartenpartausgang nicht, oh, ne, da bauen wir gleich eine Achterbahn hin, als nächstes, so, und damit beende ich Part 10 und wir sehen uns im nächsten Part wieder, und tschüss.